So und meine Damen und Herren, sehen wir wieder, zweite Runde Battlefield Hardline. Auch wieder ein Cheater? Oh, ne, war gar keiner unterwegs. Aber er laggt unglaublich. Na, da oben geht gut die Post ab. So mag ich's. Oh Gott! Ich kann's fucking move! We have a fucking man's hill out! Hm, da ist schon jemand schallgedämpft unterwegs. Check that officer! Ones, they've broken into the secure location. Respond code to the suspects I've stolen the package. Represent suspect over here. Hm, nett. Na, mich versucht zu überraschen. Wuhuuu! Dem habe ich aber ordentlichen Schuss in den Körper verpasst. Und ich hab's in Weilchen aufgehalten. Hahahaha, da ist er down. Hey, ich will party! Aha, das war ein Headshot! Oh! Uuh! Greifen zusammen an! Brauche ich glaub ich was stärkeres? What the fuck? So viel Leben hat er noch, obwohl ich so viel auf ihn geballert habe. Hat er einfach reduziert einen Schaden oder so? Damit habe ich nicht gerechnet. War eine schlechte Idee. Leute, die Zeit zum chatten haben. Junge, du lebst da nicht lange. Das war klar. Das war schon wieder. Ich bin wieder tot, bevor ich überhaupt irgendwas machen konnte. Was ist denn da los? Du machst das schon, mein Freund. Ich kann auch die über overpowered Waffen benutzen. Kein Ding. Kann ich auch. Hey, du hast ein Medikid für dich. Okay, die machen das. Oh, das war keine gute Idee. Oh, ich habe Blut. Man ist unbeweglich, wenn man sein Perk wählen will. Mach der schon. What the fuck? Nääääh. Näääh. Erleb mich wieder. Oh, da lass es. Näääh, scheiß like. Ich will wieder Sniper spielen. Nein. Ach, jemals. Back on duty. Oh. 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 Junge, ich hoffe, du weißt, was du tust. Oh, ist noch etwas überfordert mit der Steuerung. Fuck, der weiß, wo ich bin. Was sind die Kugeln sogar noch von dem angekommen? Kugeln, wir werden das Paket verlieren. Sehr gut. Ich habe noch Verstärkung dabei. Okay. Ich gebe mir einen Sniper, ich brauche was zum Schießen Naja, stimmt, wir müssen dafür reinkovern Dammit Der die so schönen Kills farmen können 11, 8, geht Hab halt gut Kills gefarmt Oh, 16, 5 einer im Gegenteam, das Viech Oh Gott, 30 Sekunden erspare ich euch Oh Gott, 30 Sekunden erspare ich euch Oh Gott, 30 Sekunden erspare ich euch